Und was ist mit dir passiert? Ich hab meine beste Freundin verloren. Und wie? Als ich meine Hose zerrissen hab. Ich dachte, ich hätt alle auf meiner Seite. Doch dann suchten die Leute ganz schnell das Weite. Sogar meine Liebste wendet sich von mir ab. Nur weil ich meine Hose zerrissen hab. Als der große Larry kam mit seiner Muskelpracht, da hat Spongebob sich zum Depp gemacht. Sogar Sandy hält ihn für den Psychopath, weil er seine Hose zerrissen hat. Ich weiß, es hilft kein Klagen, kein Ojemine, doch es tut so schrecklich weh. Denn allein zu sein ist noch weniger amüsant als ein Sonnenbrand. oder Brötchen voll Sand. Das war mir eine Lehre und es war kein Spaß. War kein Spaß. Hört mir zu, dann lernt ihr was. Bleibt euch selber treu, seid stets auf Tracht. Nicht wie ich, der sich die Hose aufgerissen hat. Das war ein theyuer. Aber das war gar nicht. Denn